Hallo Pilzfreunde, heute gibt es mal so ein ganz kleines Video von mir, aber ein ganz informatives Video. Und zwar möchte ich euch eine Veranstaltung ankündigen und euch auch dazu einladen. Ich habe ja schon irgendwann in einem vergangenen Video mal erzählt, dass die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, die DGFM, dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Und da findet am kommenden Wochenende in Blaubeuren die Jahrestagung der DGFM statt, die ganz im Zeichen dieses hundertjährigen Jubiläums steht. Und was soll ich euch sagen, Leute, ich bin dort mit dabei, denn ich werde dort den offiziellen Film dazu drehen, den Jubiläumsfilm. Die DGFM hat mich darum gebeten und da bin ich natürlich dabei. Ich steige jetzt auch gleich ins Auto und werde mich auf die Reise begeben. Jetzt möchte ich euch ein bisschen einladen, dabei zu sein. Es gibt da natürlich Fachtagungen und interne Geschichten, die da ablaufen. Aber am Samstag und Sonntag gibt es öffentliche Veranstaltungen. Da gibt es eine Pilzausstellung, da gibt es einen Markt. Und an dem Markt werde ich auch mit einem Marktstand vertreten sein. Da werde ich also ein paar Sachen mitbringen aus dem Online-Shop. Muss mal schauen, was ich alles ins Auto packe. Der Platz ist da leider ein bisschen begrenzt. Also, liebe Pilzfreunde, wer Lust hat, kann da gern vorbeikommen. Ihr könnt mich treffen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt bei mir am Stand natürlich ein bisschen nach den Artikeln stöbern. Ja, und wenn es klappt, dann ist vielleicht der Pilzfreund Ronny dabei. Pilzfreund 71 kennt ihr ja bestimmt auch den Kanal. Und der Paule von Paulus Naturkanal wird vielleicht auch vor Ort sein. Also, ich hoffe, dass das alles so klappt. Ich hoffe auch, dass die Veranstaltung so durchgeführt werden kann, dass sich jetzt nicht kurzfristig noch irgendetwas ändert. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ja, ich werde in der Videobeschreibung natürlich noch mal auf die Seite der DGFM verlinken. Da findet ihr auch das ganze Programm. Könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Da gibt es natürlich noch viele weitere Informationen zu dieser Veranstaltung. Ja, liebe Pilzfreunde, kommt gern vorbei. Trefft mich, seid dabei. Habt ein schönes Wochenende. Ich werde bestimmt ein paar schöne Tage haben. Also, bis dahin, liebe Pilzfreunde. Tschüss. 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 Tschüss.